Meine letzte Zigarette Das ist bestimmt meine letzte Zigarette Wenn ich morgens aufstehen muss, hab ich Stiche in der Brust Und im Mund ist der Geschmack von Teer und von Tabak Die Gardinen sind ganz gelb und die Blumen werden weg In der ganzen Bude stinkt es nur nach kaltem Rauch Und was bleibt vom großen Duft, ist nicht mehr als dicke Luft Ich hör auf, es macht keinen Spaß, sonst weiss ich noch ins Gras Das ist bestimmt meine letzte Zigarette Ich geb mein Wort Meine letzte Zigarette Ab morgen rauche ich nicht mehr Brauch ich Wette und auch schwör nur noch ein Zug Da gehörst du ihm Da gehörst du ihm Männer wie er können nicht anders. Sie leben mit dem Tod. Wenn du das nicht lässt, besteht für dich keine Chance, gesund aus der Sache rauszukommen. Du machst mir Angst. Das war dein netzter Zug. Ja, und seine Frau? Ich hatte mir versprochen, mit ihr zu reden. Na dann. Na nicht nur wegen mir. Ich war schon lange am kriseln bei denen. Warte mal, ich. An der Ende. Du rauchst. Ja, ich. Also, auf dich. Auf uns. Also, auf uns. Ich habe einmal eine eigene. Meine Marke? Deine Marke. Wünschen die Herrschaften noch Kaffee? Ja, oder? Gerne. Also, zwei Kaffee bitte und einen Calvados. Sehr wohl, der Herr. Zwei Kaffee und einen Calvados. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unheimlich ich mich auf unser Wochenende gefreut habe. Es tut mir leid, Lisa, aber ich muss gleich wieder zurück. Wieso? Du hast mir doch versprochen. Nein, versprochen habe ich dir gar nichts. So. Zwei Kaffee. Und einen Calvados. Dankeschön. Die Rechnung, bitte. Die Rechnung. Sehr wohl, der Herr. Lisa, du weißt, dass ich verheiratet bin. Ich denke, du willst dich scheiden lassen. Wie bitte? Also, das habe ich nie gesagt. Sag mal, wie stellst du dir das eigentlich vor? So als kleine Friseuse? Bist du wirklich so naiv? Aber du hast doch gesagt, dass du mich liebst. Ja, sicher. Das gehört doch dazu. Komm. Mach mal ein anderes Gesicht. Noch eine Zigarette? Ich danke dir. Aber wofür? Ich danke dir. Tschüss. 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 Nee, danke. Davon habe ich die Nase voll, aber entgültig. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Arroo! Was ist das? Hallo! Hallo! Halt sie doch mal! Mensch! Einmal, nein! Haben Sie vielleicht mal Feuer für mich? Mann! Nein, nein, nein!